Im ersten halben Jahr 2018 legte Helvetia solide Zahlen vor. Der Gewinn liegt bei 224 Millionen Franken. Das Geschäftsvolumen stieg auf 5,8 Milliarden Franken. Vor allem die Nicht-Lebensparte legte zu. Herr Gmür, das erste Halbjahr 2018 ist vorbei. Sind Sie auf Kurs? Wir haben zugelegt beim Wachstum, insbesondere in Nicht-Leben. Wir sind zufrieden mit der Combined Ratio und der Neugeschäftsmarge im Lebengeschäft. Bremsspuren allerdings zeigen sich im Gewinn aufgrund des Gegenwindes, den wir gesehen haben an den Kapitalmärkten und wegen Unwetterschäden im Frühjahr. Das müssen Sie uns aber ein bisschen genauer erklären. Sie sagen, beim Gewinn aus dem Geschäft an sich gab es einen Rückgang. Das ist schlechter als vor einem Jahr. Wenn man aber schaut, unter dem Strich gab es eine Steigerung. Wie erklären Sie uns das? In der Vorjahresperiode haben wir bei der Gewinnentwicklung noch Akquisitionseffekte gezeigt. Die Akquisitionen sind mittlerweile vollzogen. Die Gesellschaften sind integriert. Und ohne diese Sondereffekte, wenn wir jetzt nur das operativ erwirtschaftete Ergebnis vergleichen, Vorjahr zu Laufjahr, dann haben wir einen Rückgang. Also einen Rückgang. Und da fragt sich natürlich, können Sie das noch aufholen bis Ende Jahr? Es ist wichtig zu sehen, in welchem Umfeld dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Wir haben Gegenwind gespürt an den Kapitalmärkten, insbesondere in unserem Aktienportfolio. Und andererseits haben wir Winterstürme gehabt, Burglind und Friederike und Frühlingsgewitter. Nun, das Zahlen von Schäden gehört zu unserem Geschäft. Und es ist deshalb schwierig, eine Prognose zu wagen aufs zweite Halbjahr. Es wird davon abhängen, haben wir weiter Unwetterschäden, erstens. Und zweitens, wie entwickeln sich die Kapitalmärkte? Eine weitere wichtige Kennzahl ist die Combined Ratio. Also das Verhältnis zwischen Kosten und Schäden zu den Prämien. Sie hatten mehr Schäden. Wie hat sich das auf die Kennzahl ausgewirkt? Unsere Combined Ratio ist mit 92,7% netto immer noch auf einem sehr guten Niveau. Das zeigt, dass wir eine gute Portfolioqualität haben. Und was uns besonders freut, ist, dass sämtliche Ländermärkte profitabel arbeiteten. Das heisst, eine Combined Ratio unter 100% haben. Beim Geschäftsvolumen hat Hilfizia zugelegt. Wie ist das gelungen? Wachstumstreiber war die Nichtlebensversicherung. Hier ist es gelungen, insbesondere in den europäischen Ländermärkten zuzulegen und bei der aktiven Rückversicherung. Im Lebensversicherungsgeschäft haben wir strategiekonform da Wachstum, wo wir es uns vorgenommen haben, nämlich bei den modernen, kapitaleffizienten Produkten, insbesondere in der Schweiz und in Deutschland. Kommen wir zur Strategie Hilfizia 2020. Worauf haben Sie hier den Fokus gelegt? Und was hat Sie ganz besonders gefreut? Mich hat gefreut, dass wir weiterhin dynamisch vorankommen. Wir haben unser Kerngeschäft gestärkt, insbesondere durch neue Kundenzugänge, sei es in Spanien durch neue Kooperationen, sei es durch Online-Anwendungen in Deutschland oder durch B2B2C-Ansätze in der Schweiz. Wir haben aber auch neue Ertragsquellen erschlossen, insbesondere rund um unser Ecosystem Home, rund um Moneypark, mit neuen Anwendungsmöglichkeiten, sei es MEX, eine Hypothekenbörse, sei es Flatfox, eine digitale Vermietungsplattform. Werfen wir noch einen Blick ins zweite Halbjahr 2018. Was steht hier an? Wir wollen die Dynamik aufrechterhalten. Wir wollen mit innovativen Lösungen weiter wachsen. Und entscheidend ist dabei immer, dass wir den Kunden ins Zentrum stellen, dass der Kunde gern bei Hilfizia versichert ist. Dann wünsche ich Ihnen, Herr Gmür, und Ihrem Team, Ihren Mitarbeitenden dabei viel Glück, viel Freude, viel Erfolg. Danke.